So, ihr habt jetzt vier Stunden Zeit für die Klausur. Vier Stunden? Alter, das packe ich easy. Ich bin fertig. Justus, bist du schon fertig? Ja, ja. Der ist einfach in zehn Minuten fertig geworden. Ich brauche nur vier Stunden dafür. Die Klausur hat nur drei Stunden und 50 Minuten. Wenn du jetzt gehst, darf keiner mehr auf den Klo. Okay, musst du jemanden auf die Toilette? Geil, ich halte es einfach aus. Okay, anscheinend, muss ich keiner auf die Toilette? Ja, okay, dann geh. Hier. Dann ist doch alles richtig. Wie macht der das, Alter? Shit! Shit! Ich muss auf den Klo, bitte schnell! Ne, 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 der Justus ist schon weg. Jetzt darfst du nicht mehr. Ich kann es nicht mehr halten, Mann! Was? Sowieso kannst du fliegen?